Was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Wir befinden uns auf dem Weg nach Frankfurt zu den Jungs von Seismic. Die haben nämlich heute ihr eigenes Event im Dorhaus. Da fahren wir jetzt hinten. Vorher gehen wir noch was essen. Kilian macht hier schon lecker, lecker. Gib mir Sau wieder da. Mal sehen, was der Abend so bringt, Leute. Ich meld mich schon, wenn wir da sind. Ich muss drüber lachen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wir warten jetzt noch auf Saka und dann gehen wir erst mal uns essen. Wie geht's ihr, Bro? Alles gut? Ja, alles gut. Für alle Leute, die dich wissen, ich habe Saki, Bruder, bei Dan kennengelernt. Wenn das Geld am Montag nicht da ist, muss ich 10 Euro mehr zahlen. Ernst. Ich hatte nie. Warte, ich ziehe mein Geld nicht mehr, Jungs. Wir gehen da jetzt was essen, Freunde. Wie heißt das hier? Du weißt das? Chikoroni, Bruder. Sagst du, für Frankfurter ist er approved? Ich bin hier vor 10 Lagen. Den wir sehen an. Ich kann mal was verpasst. Aber ich würde nicht empfehlen, so gegen 0,01 Uhr nach 10 zu kommen. Alltags komische Leute, Bro. Und du? Du bist hier? Du bist ja Frankfurter. Du? Okay. Guckt euch den an, Digga. Der nimmt einfach ein Ladekabel mit, Digga. Lass mich dich tragen. Das ist verrückt einfach. Wie viel Prozent schon? 15. Das sind auch ganz komische Leute, die hier... Ja, ja, das sind die schlimmsten Leute, die mit 14% aus dem Haus gehen. Oh, schmeckt krass. Was gibst du? Boah. Ich war schon mal hier und ich bin dein zweites Mal hier. Das sagt doch schon alles, oder nicht? 18. 18? Okay, Freunde, ich fetz mir das jetzt rein. Was sagst du? Das ist gut, Bro. Was sagst du? Mhm. Was gibt's? Neun. Wer hat mich gefickt, Digga. Ich gibt nur neun. Neun. Das ist krass. Okay, Freunde, wir haben jetzt auf jeden Fall gegessen. Wie war's? Lecker schmecker. Lecker schmecker. Oh, Bruder, du riechst gerade nach der Grillkumpf. Was, Bruder? Das ist das Barbecue, das ist das Rippchen, Bruder. Ey, lass mal Rippchen essen, Bruder. Ich würde... Ja, wenn Rippchen essen geht, Bruder. Neun, Bruder, no cat. Was gibst du ein? Toad, echt. Toad? Toad. Digga, hör mal auf, der bekommt nicht mehr. Boah, Alter. Mach Money Spread. Mach Money Spread. Damn, Bruder. Wohin müssen wir? Woh lang. Woh lang. Immer seiner Nase nach. Diese Gebäude ist das Dauhaus. Ich war noch nie da drin. Das sieht aus wie so ein feiliges Staat. Ja, Bruder. Da kann man durch Bier trinken. Und da ist auch gleich Kadi drin, ne? Wahnsinn. Kadi, Bruder, hängt auch so Jesus dran. Woh lang, Woh lang. Woh lang, Woh lang, Woh lang. Wir kommen, Wee. Wee. Snack, Blume, 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 Blume. Was gebt ihr hier?! Sage ich mir. Ha haaaah! Wahnsinn! 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 Is das Canaris? Wahnsinn! Yeah, I'm a shit! Einfach Jesus! Die Jungs streiten komplett ab, es gibt keine Pause, nix. Checkt die Jungs ab, ihr müsst auch checken, der erste Link in der Bio. Ich sag euch ehrlich, die kommen so hart. i got it. Ich sag euch riss, die pal. Wir sind in der worlds. Wir sind in derancheils, jetzt geht's, wir sind in der Welt. Wir sind auf Dienste Stimme. Wir sind für die Situation ins Glocken. Wir sind für die Situation in der Kline. Wir sind auf Dienste Stimme. Ich geb dem Abend ne Elf von Zehen, ehrlich, Elf. Ihr hört's, ihr hört's, it's crazy. Only love! Okay, Freunde, wir sind jetzt raus. Saka, was sagst du zum Abend? Geile Abend mit den News auf jeden Fall, Bruder, das war sehr dankbar. Also, der Club war cool und so, aber der war halt nicht so wie Chaya, sag ich ehrlich. Ist crazy, das zu sagen im Video. Aber ich sag dir so, wie es ist, Bruder, DJ, Bruder, du bist ein Macher, Bruder, Walalöwe, Digga. Seit 9 von 10, Bruder. Weißt du, was ich ihm ganz Namen gebe? Ne, 18. 18 von 10 ist crazy. 18 von 10 ist crazy. Auf jeden Fall Alltags ist so assi, ne? Alter, das ist crazy, Bruder, ehrlich, das ist assi, aber es geht ab. Guck mal, hey, übernimmt die Kamera, ich weiß nicht mal, was ich sag. Geh, geh weiter, weiter, Bruder, weiter, weiter, noch mehr, 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 raus, raus. Da hast du diese Bachelor Baby auf Wish bestellt. Das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst, wie der ganze Hase läuft. Haut rein, Leute, ciao. Achein, wie macht ihr das hier, Bruder? Gassian, wie ist das hier, Bruder? Hahaha.